Hast du das gelesen auf Spanisch? Ja, passt schon. Ausnahmsweise kannst du das. Auch wirklich den, sicher? Ja, passt schon gut. Wehe nicht. Wie sonst immer. Wir sind ja unter Berliner Neis. Bei mir zählt der Anschluss an. Bei mir ist er unter Bord. Und das ist ein Ex-Code. Garfisch. Egal. Vergangenheit. Vergangenheit, genau. Jetzt kommt ein neues Garfisch.